Moin moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Frostmatch Guide für Dragonfly Season 1. Die besten Werte bzw. Stats für den Frostmarcher sind folgende. Als allererstes Intelligenz, wie immer, also das höchstmögliche Itemlevel bzw. Gegenstandstufe anziehen. Danach kommen die Sekundärwerte und da ist unser bester Sekundärwert Meisterschaft. Das ist neu, das war sonst nie so. Das liegt daran, weil wir ein Talent haben, das nennt sich Hagelschauer. Das pusht den Wert Meisterschaft brutal nach oben, sodass das unser bester Sekundärwert ist. Also erst Int, dann Meisterschaft, dann Crit, dann Tempo und dann Vielseitigkeit. Crit ist auch noch sehr, sehr wichtig, vor allem auch im Interkopf sollte man bewahren oder behalten, dass wir Zertrümmern haben. Eine passive, sobald wir 33,34% Crit haben, haben wir das Crit Cap von 100% erreicht, so kann man es grob sagen. Aber ihr solltet trotzdem nicht über alles hinaus unbedingt diese 33,34% Crit erreichen, weil euch das nicht wirklich viel mehr Damage bringt. Dementsprechend erst Int fokussieren, dann Meisterschaft, dann Crit, dann Tempo, dann Vielseitigkeit. Und wenn ihr es genau wissen wollt, was für euren Charakter in diesem Moment mit eurem Ausrüstungsteil der beste Wert ist, dann müsst ihr selbst simulieren. Und ich habe euch dazu oben rechts eine Infokarte eingeblendet, falls ihr wissen wollt, wie man richtig simuliert mit Raid-Bots. Klickt da bitte drauf. Aber grob kann man sagen, generell gilt, erst Gegenstandstufe höchstmöglich anziehen. Also Intelligenz, bester Wert. Dann kommt Meisterschaft, dann kommt Crit, dann kommt Tempo und dann kommt Vielseitigkeit. Geht es auch schon direkt weiter und zwar zu den besten Talenten. Als allererstes empfehle ich persönlich für euch, wenn ihr mit dem Schluss lauft, diese Dungeon-Talente hier. Und die sind letztendlich die besten. Ihr wollt auf jeden Fall eiskalte Winde mitnehmen, ihr wollt mal leere mitnehmen. Das sind einfach hier gesetzte Talente, rutschiges Eis, Gletscherstachel lohnt sich einfach nicht, ist zu schwach. Und Kaltfront lohnt sich auch überhaupt nicht, seitdem wir nicht mehr Necrolot sind in Shadowlands, ist das alles hier Schmutz. Und dementsprechend diese Talente sind gesetzt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr für noch mehr AOE gehen wollt, die zwei Punkte hier rausnehmen aus Winterflut und die zwei Punkte in Schneesturm reinpacken. Im Prinzip sieht es dann nämlich so aus. Eigentlich die gleichen Talente, Full AOE heißt das hier bei mir. Nur, dass man statt zwei Winterflutpunkte zwei Punkte in Schneesturm tut für noch mehr AOE DPS. Ich würde es aber nicht empfehlen, ich würde trotzdem die Dungeon-Talente empfehlen, weil Winterflut einfach auch dafür sorgt, dass man beim Boss noch einigermaßen guten Schaden macht. Ansonsten auf der linken Seite ist es so, dass sehr, sehr viel optional ist, also persönliche Präferenz. Für Mythos Plus empfehle ich schon Fluch aufheben und Zauberraub mitzunehmen. Im Raid ist es wieder eine andere Geschichte. Ansonsten sind es so Fähigkeiten wie Zeitverschiebung Pflicht. Meister der Zeitgesetze könnt ihr auch gerne Druckwelle mitnehmen, vor allem in M Plus relevant, wenn ihr noch mehr CC braucht. Für M Plus auch geistesgegenwärtig nimmt man eigentlich immer mit. Ice Nova ist noch ganz gut, kann man auch in die Rote einbauen, um quasi ein Ziel einzufrieren, um dann richtig schön reinzukritteln. Flimmern ist immer gesetzt, Rune ist immer gesetzt, Rune gibt euch das meiste Damage-Potenzial. Wenn ihr es richtig spielt, die beiden Folianten immer mitnehmen, große Unsichtbarkeit immer mitnehmen. Temporale Krümmung ist tatsächlich auch immer gesetzt, wenn ihr es richtig spielt. Ihr könnt aber auch Zeitanomalie mitnehmen, falls ihr keinen Bock auf temporale Krümmung habt, aber temporale Krümmung ist das Beste. Und Machtverschiebung ist auch immer gesetzt, nimmt man immer mit. Zumindest in Dungeons, bei Single Target, puren Single Target, im Rates wieder was anderes, bei Boston zum Beispiel. Und Drachen oder im Jahr für M Plus auch auf jeden Fall gesetzt. Ansonsten ist sehr, sehr viel optional, ihr könnt halt sowas hier skin, das ist alles persönliche Präferenzen, wo wir dann selber herausfinden und wissen und dann dementsprechend umändern. Je nach Situation braucht man hier unterschiedliche Dinge, aber es sind halt so ein paar Talente, die immer gesetzt sind, wie zum Beispiel Eisblock, überströmende Energie, Unsichtbarkeit, Fluchaufheben, Zeitverschiebung, Meister der Zeit, Rune der Kraft, Zauberraub, Spiegelbilder, Flimmern, Ice Nova, große Unsichtbarkeit, temporale Krümmung, Machtverschiebung in Dungeons zumindest und so. Und ja, Single Target Skillung sieht da ein bisschen anders aus, also das ist eher für den Raid. Diese Skillung spielt man wirklich nur im Raid, also wenn ihr Raid geht, beziehungsweise maximale Single Target DPS rausholen wollt, dann solltet ihr so skillen, da skillt man auch Meteor mit, man kann auch Verzerrung hier mitskillen, muss man nicht. Man nimmt beispielsweise bei der Single Target Skillung keine Machtverschiebung mit, weil man wirklich einfach Full Single Target geht. Und was man hier dann auch mitnimmt ist eiskalte Berührung und einmal tiefe Zertrümmerung. Der Rest ist relativ gleich geblieben und ja, das sind letztendlich die besten Talente. Ich würde aber sagen, wir fangen mit den Dungeon Talenten an. So werde ich euch quasi die Rota zeigen, weil ich das persönlich auch empfehle, dass ihr mit diesen Talenten fast immer eigentlich spielt. Und dementsprechend geh mal rein. Gut, weil wir mit den Dungeon Talenten anfangen, gehe ich auch auf die Dungeon Rota sozusagen ein, also auf AOE. Und hier ist es einfach so, in der Theorie wollt ihr auf jeden Fall, wenn ihr dann doch Single Target mal spielt, gegen einen Boss oder so im Dungeon, dann wollt ihr immer erst Frostblitz drücken, dann Hagel, gefolgt von zwei Eislansen. Der Grund, warum wir das machen, ist folgender, wenn wir Hagel drücken, bekommen wir Winterkälte und wenn wir Frostblitz, Hagel und zwei Eislansen machen, dann profitiert auch der Frostblitz von der Winterkälte. Sprich, der Frostblitz landet quasi erst nachdem Hagel eingetroffen ist, weil die Projektile von Hagel so schnell reinfliegen. Deswegen immer erst Frostblitz dann Hagel und zwei Eislansen hinterher, wenn ihr Single Target gegen einen Boss oder ähnliches kämpft. Und so sieht das dann folgendermaßen aus, so. Und dadurch macht auch der Frostblitz nämlich mehr Schaden und genau deswegen spielt man das so. Es ist halt noch wichtig, dass man seine Fähigkeiten durchliest, also bitte, bitte lest euch einmal alle passiven Talente und 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 einmal durch, damit ihr einfach wisst, wie es läuft. Kettenreaktion ist auch wichtig, dass man es am besten mit Navigaurer sich anzeigen lässt. In der AOE-Rota ist es so, dass ihr immer erst einmal eure Eislanzen aufbrauchen wollt, sprich eure eisige Fingerprox und danach erst Hagel. Also Hagel wollt ihr priorisieren, wenn ihr Single Target gegen Single Target-Bosse kämpft teilweise oder gegen ein Ziel halt nur. Und Eislanzen wollt ihr immer priorisieren, sobald ihr zwei Targets oder mehr aktiv habt. Und natürlich wollt ihr auch Blizzard immer auf Abklingzeit reinschmeißen, sobald drei Ziele oder mehr aktiv sind und gefrorene Kugeln natürlich auch. Dementsprechend beginnt der Opener folgendermaßen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir rein in die Multi-Target-Rotation mit den entsprechenden Talenten in der Praxis. Ihr könnt vorher Spiegelbilder drücken, aber Spiegelbilder ist eher ein defensiver Zauber. Also eher benutzen, wenn ihr wisst, gleich kommt viel Schaden rein und überleben müsst. Ich benutze es jetzt einfach zum Pull. Und ja, was wir dann machen, ist Spiegelbilder, Kampfrausch, eisige Adern direkt ziehen, nach eisigen Adern direkt die gefrorene Kugel, danach Blizzard. Weil wir haben dieses Talentgefrierender Regen, das bewirkt, sobald wir gefrorene Kugel drücken, wird Blizzard zu einem Spontanzauber und macht auch 60% mehr Schaden. Deswegen so rumspielen. Und dann geht man einfach rein, man benutzt die eisigen Fingerprox für die Eislanzen und hinten raus dann Hagel, wenn wir durch sind. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Let's go. So, Abfahrt und dann natürlich Blizzard rein. Man kann auch gerne Hagel benutzen. Und dann spammt man eigentlich wirklich nur die ganze Zeit Eislanze, die ganze Zeit so Prox hier. Das ist wirklich ganz, ganz viel. Jetzt die nächste Rune, das ist auch noch wichtig. Und wir können auch schon die nächste gefrorene Kugel reinmachen. Und sobald diese Rune ausläuft, wollen wir auch schon die Machtverschiebung drücken. Und das ist ganz wichtig, dass wir gleich jetzt die... Jetzt wollen wir die Machtverschiebung drücken, das ist wunderbar. Dann die nächste Kugel, dann so. Und so spammt man letztendlich die ganze Zeit die Eislanzen. Und das Gute ist vor allem auch, dass wir niemals geführt Kettenreaktionsdecks auslaufen lassen. Jetzt die nächste Kugel rein, immer wieder rein damit. Und die ganze Zeit wirklich die Eislanzenprox rausfeuern. So viele es geht, weil ihr bekommt teilweise so viele, dass ihr gar nicht alle rausbekommt. Natürlich nicht die Rune vergessen, denn Rune bewirkt schon, dass ihr sehr, sehr viel mehr Schaden macht. Das ist ganz wichtig. Und jetzt haben wir auch schon gleich die Eisigen Adern resettet. Wenn man dann mal eine Downphase hat, dann baut man halt den Frostblitz mit ein. Jetzt haben wir die Eisigen Adern resettet, direkt die nächsten hinterher. Wunderbar. Dann hier die nächste Kugel. Und so spielt man letztendlich Frost mal hier im AOE-Bereich. In der meisten Zeit in M-Plus-Dungeons ist es einfach nur ein Gespamer. Da geht es ordentlich rein. Es ist wichtig, dass ihr die Eisigen Adern immer auch resettet bekommt, sodass ihr permanent Eisige Adern aktiv habt. Das ist noch wichtig, dass man das hinbekommt. Jetzt hier warten wir kurz auf die Rune. Stellen jetzt hier die Rune rein. Und erst danach machen wir im Prinzip die gute alte Machtverschiebung, damit wir da nochmal alles schön resetten gleich im Anschluss. Das ist nämlich perfekt. Jetzt die Machtverschiebung, damit wir die Rune resetten, die Vorne-Kugel und die Eisigen Adern. Und dann geht es wieder von vorne los. Letztendlich kann man so unendlich weiterspielen. Und man drückt ordentlich DPS rein. Das ist perfekt. Und das war auch schon die Multi-Target-Rota. Man kommt kaum zu Hagel. Hagel benutzt man halt dann, wenn man bei Single-Target-Bossen ist. Und ja, das war es auch schon zu der Multi-Target-Rota. Genauso spielt man das Ganze. Und jetzt gehen wir mal gleich rüber in die Single-Target-Rota. Ja, für Single-Target-Skillen wir natürlich auf die Single-Target-Talente auch um. Man kann das natürlich nicht machen in M-Plus-Dungeons. Aber trotzdem, es ändert sich nicht so viel mit den Talenten. Nur, dass wir halt Meteor mitskillen und den einigermaßen schlau benutzen müssen. Aber es ist relativ simpel, wie man diesen Meteor benutzt. Und zwar ist es folgendermaßen, sobald Winterkälte drauf ist. Also Hagel bewirkt, dass er Winterkälte drauf macht. Und danach direkt den Meteor rein. Weil der Meteor trifft dadurch auch immer kritisch. Und das ist ein Single-Target-Gain tatsächlich. Und das war es eigentlich auch schon zu der Single-Target-Rota. Ansonsten ändert sich nicht viel außerhalb, dass wir, wie gesagt, gleich Hagel über Eislanze priorisieren werden. Und wir bekommen auch nicht ganz so viele Eislanzen-Procs wie eben im AOE-Bereich. Da ist es einfach ein Stück weit anders. Und dementsprechend werde ich euch das gleich zeigen, wie man das Ganze spielt. Ja, was wichtig zu erwähnen ist, im Single-Target-Bereich beim Frostmire ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich immer die Rota perfekt spielt. Und zwar Frostblitz, Hagel und zwei Eislanzen. Denn ihr bewirkt mit dieser Kombo, dass auch der Frostblitz immer kritisch trifft. Und das ist halt wichtig für eisiger Antrieb. Denn eure kritischen Treffer mit Einzelziel-Schadenzaubern bringen die Abklingzeit von eisiger Adern um eine Sekunde. Frostblitz ist auch ein Einzelziel-Schadenzauber. Und dadurch bewirken wir letztendlich, dass wir noch diese zusätzlichen Sekunden rausholen und eisige Adern schneller resetten mit dieser Kombo. Und das ist eigentlich das, was ihr min-maxen müsst und könnt, wenn ihr im Single-Target als Frostmire spielt. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr die eisigen Adern immer resetet bekommt. Es ist aber teilweise sehr, sehr schwer auch hinzubekommen, die immer resetet zu bekommen. Beim Single-Target-Bereich im Multi-Target ist kein Problem, das schafft man relativ leicht. Aber Single-Target die eisigen Adern zu resetten ist schon schwerer. Und dann musst du perfekt spielen. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir fangen an wie immer. Mit Kampfrausch, eisige Adern, gefrorene Kugel. Kein Blizzard. Blizzard drücken wir nicht. Blizzard nur für drei Ziele oder mehr bitte benutzen. Bei ein Ziel haben wir nur ein Ziel, nicht drei Ziele oder mehr. Und dementsprechend dann Hagel, Meteor und dann Abfahrt. Gut, ich würde sagen, wir gehen rein. Spiegelbilder einfach. Let's go. Zack, dann Hagel, dann Diss. Und dann einfach die Prox. Und jetzt die Klassiker-Kombo. Frostblitz, Hagel, zwei Eislands hinterher. Da können wir auch ruhig diese Eislandsen hier wasten. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist okay. Natürlich wollt ihr trotzdem immer, wenn es geht, erst einmal die eisige Fingerprox aufbrauchen, bevor ihr das andere drückt. Das habe ich vielleicht jetzt ein bisschen falsch gespielt. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und jetzt ist es halt wichtig, permanent das so zu spielen. Frostblitz, Hagel und zwei Lanzen hinterher. Und wenn ihr mal ein Eislanze-Proc dann verschwendet, das ist nicht weiter schlimm. Denn eure Eislanzen kritten eh zweimal hintereinander. Und von da, dem her ist das okay. Aber ihr seht schon, ich werde meine eisigen Adern hier nicht großartig resetet bekommen. Das wird ganz schwer, das hinzubekommen. Da braucht man auch teilweise ein bisschen Proc-Lack. Hier nochmal den Meteor rein. Gut, der hat jetzt nicht gekritet, weil ich aus Versehen eine Lanze rein... Aber ich habe die fast resetet bekommen, ja. Wenn man mehr Tempo hat, ist es auch nochmal leichter, die zu resetten. Und dann sind sie schon wieder ready, direkt raus damit. Und hier in dem Fall, wie gesagt, ruhig erstmal die Eislanzen-Procs priorisieren. Und, was auch ganz wichtig ist, was viele vergessen, die Rune nicht vergessen. Man kann es grob auch zusammenfassen so, wenn ihr Frostblitz gerade nicht am Casten seid... Dann wollt ihr erst einmal die Eislanzen-Procs immer raushauen. Wenn ihr mal gerade im Frostblitz-Cast seid und auch zwei Stacks von Hagel habt... ...wollt ihr eher Hagel priorisieren. Jetzt wollt ihr zum Beispiel eher wieder Hagel priorisieren. Ist nicht weiter schlimm, dass wir da ein... ...eisige Finger-Proc quasi doppelt verschwendet haben. Weil wir eh zwei Stacks von Winterkälte drauf bekommen. Und das ist mehr wert und macht mehr Damage. Und das ist eigentlich auch schon die Single-Target-Rota vom Frostmatch. Viel mehr passiert hier nicht. Genauso spielt man das immer weiter. Und das war's auch schon. Ja, und noch eine kleine Information zur Full-AOE-Skillung. Sprich, statt Winterflutspieler ja mit Schneesturm. Und den wollt ihr natürlich auch dann benutzen. Aber nur bei 30 Stacks wollt ihr dann quasi Kältegegel drücken. Und ich kann euch mal kurz zeigen, wie man das quasi dann macht. Also ihr stackt ganz normal im AOE-Bereich diese Stacks hoch. Am besten lasst ihr die euch auch natürlich anzeigen. Das ist klar. Und sobald die auf 30 Stacks sind, erst wenn die wirklich auf 30 sind. Vorher nicht, ne? Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Vorher bitte nicht verschwenden, diese schönen Stacks. Ihr wollt die wirklich auf 30 hochstacken. Jetzt haben wir 19. Und ihr wollt natürlich weiterhin so normal eure Rota durchballern, wie man es gewöhnt ist. Jetzt haben wir 30 Stacks. Und was er dann macht, ist im Prinzip Eisnova into Kältegegel. Denn dadurch stellt er nochmal sicher, dass es auch safe reinkrittet. Und so macht man das dann letztendlich perfekt. Habt ihr gesehen, das haut schon gut rein, wenn man es richtig spielt. Und das ist eigentlich die einzige Veränderung zur Full AOE-Rota im Vergleich zur Dungeon-Rota. Man macht halt wirklich bei 30 Stacks dann diese Eisnova-Kältekegel-Kombo. Ihr könnt auch ruhig bei der Dungeon-Skillung immer wieder Eisnova benutzen. Denn Eisnova stellt sicher, dass eure Zauber auch safe kritten. Eure Frostzauber. Oder auch euer Meteor. Und das könnt ihr halt gerne so spielen, dass ihr quasi immer Eisnova macht. Into Kältekegel. Weil Kältekegel dann immer zu 100% auch kritisch trifft. Weil die halt für eine kurze Zeit eingefroren sind von der Eisnova. Gut, soweit zur Rota. Wir sind fertig mit der Rota. Das war's auch schon. Es gibt natürlich wieder kleine Makros. Ihr könnt natürlich eisige Adern. Solltet ihr Makron in Kombination mit euren aktiven Trinket. Bei mir zum Beispiel zeitdurchdringende Kralle. Und am besten auch mit eurer Volksfähigkeit. Ich bin Troll. Dementsprechend benutze ich da auch dann Berserker. Also immer ruhig da, wenn ihr ein aktives Trinket habt. Egal welches. Ruhig in Kombination da mit reinschreiben. Und ansonsten gibt es keine großartigen Makros für den Frostmagier. So Eisblock-Makro wieder. Damit der Instant wieder rauskommt. Müsst ihr aber aufpassen und nicht spammen. Genau das ist noch ein wichtiges Makro-Blizzard. Dass das bei eurem Mauszeiger immer hinkommt. Und dass ihr nicht diesen Kreis habt. Dasselbe könnt ihr auch mit Meteor übrigens machen. Habe ich hier auch. Dass der Meteor dann immer bei eurem Mauszeiger direkt reingezaubert wird. Und nicht der Kreis, der grüne Kreis kommt. Das ist noch ein wichtiges Makro. Aber ansonsten gibt es nicht großartig Makros. Die Pflicht sind. Man kann Maus-Over-Fluch-Entfluchen-Makro machen. Wenn man will. Und ja, fürs Kicken benutze ich noch das Makro. Dass wenn ich gerade am Zaubern bin. Und ich unbedingt was kicken muss. Dass ich quasi nicht den Zauber erst abbrechen muss. Mit irgendwie kurz laufen. Sondern wenn ich F drücke. Dann kickt er auch wirklich instant. Und das ist halt auch noch sehr sehr gut. Kann man gerne so machen. Gut, dann kommen wir noch ganz schnell zu den Addons. Mein Namensplaketten-Add-On nennt sich tatsächlich Thread Plates. So sieht das aus. Kann ich euch durchaus empfehlen. Ich finde es ganz gut. Aber die meisten benutzen Plater. Mein Zauberbalken-Add-On. Sprich, wenn ich Frostbezaubere. Dieses Add-On nennt sich Quartz. Falls ihr das haben wollt. Gönnt euch das. Omni CC benutze ich für so Cooldown-Anzeigen. Also zum Beispiel, dass hier 3 Minuten steht. Und auch hier, dass das so in gelbe Zahlen sind. Das ist Omni CC. Falls ihr das haben wollt. Ja, und das wichtigste Add-On ist natürlich Wiegauras. Das ist im Prinzip hier in der Mitte des Bildschirms. Was es mir alles so wunderbar anzeigen lässt. Die wichtigsten Fähigkeiten. Habe ich mir alles wunderbar eingestellt. Falls ihr da meine Magier Wiegauras haben wollt. Dann müsst ihr auf YouTube Kanalmitglied hier werden. Und dann euren YouTube Account. Mit dem ihr Kanalmitglied geworden seid. Mit eurem Discord Account verknüpfen. Ihr müsst auch noch meinen Discord Server beitreten. Und dann könnt ihr euch da, sobald ihr Kanalmitglied seid. Diese ganzen Wiegauras Easy da aus dem Discord rausziehen. Und hier importieren. Und dann habt ihr genau diese Wiegauras, die ich habe. Ja, und dieses Charakterfenster hier. Das sieht ja auch relativ hübsch aus. Das kommt vom Add-On Easy Frames. Detailed Streamer. Zeigt euch einfach hier an, was ihr zaubert. Detailed Damage. Das ist halt wichtig für DPS. Big Wigs und Little Wigs benutze ich für Bossmechaniken in Dungeons. Aber ich benutze dafür auch Wiegauras. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erwähnen. Der Rest ist relativ egal. Ihr könnt natürlich auch gerne noch Deja Character Stats benutzen. Damit das einfach hier ein bisschen schöner aussieht. Und man direkt das Item Level sieht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht. Falls ihr noch Fragen zum Frostmagier habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und zu guter Letzt sei noch gesagt, es kann natürlich sein, dass sich im Laufe von Dragonflight Season 1 noch ein bisschen was, ein paar Kleinigkeiten beim Frostmagier ändern. Aber trotzdem ist dieser Guide für 95% der Spieler vollkommen ausreichend. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.